Catch me up, bis daheim und herzlich willkommen zu einem neuen Video für die DC-V, zeig dir Call of Duty Black Ops Cold War. Und die neue Season 5 von Call of Duty Black Ops Cold War ist draußen, Leute. Let's go! Bang, bang, what the fuck? Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video. 2.950 CD-Points, heute wird sich der Battle Pass Season 5 gekauft und nicht nur der normale Battle Pass Sonder. Battle Pass, Battle Pass? Der Battle Pass Bundle. Das ist das erste Mal, es gibt einen Skin Bundle Bonus. Das ist der kostenlose Skin, den ihr bekommt, wenn ihr das Bundle kauft. Und, ah ja, das sieht richtig geil aus. Alright, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen hier Battle Pass kaufen für 2.400 CD-Points. Let's go! Oh, das sieht schon ziemlich nice aus. Komm, explodier wieder richtig geil. Komm, komm. Oder bleib mal einfach stehen und freeze. Wow, ich habe die Animation verpasst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist zu schnell. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Geil, Alter. Geil, geil, geil. Hier auch noch ein Skin. Let's go for words. Nice, Mann. Das sieht ziemlich nice aus. Die Waffe, der, puh, der Skin, der hat es in sich. Jetzt haben wir die drei Skins freigeschaut. Die hier, die hier und den hier. Leuchte dafür, Moment, dass es eine Capri-Sonne wäre. Das ist also so eine Capri-Sonne-Schlift. Wir zocken auch die neue Map, Echelon247. Let's go! Okay, wir joinen rein und es steht 99 zu 46 und wir verlieren. Ja, ja. Oh, man kann hier runterfallen? Alright, Zeitwechsel, Leute. Oh, die Map ist hier groß. Bisschen, bisschen grau, oder? Hey, was geht ab, Bro? Hier geht's hoch. Ja, ja. Team. Ey, wirklich, du bist wirklich... Oh mein Gott. Geh mal hier hoch. Oh, oh mein Gott. Let's... Ah, okay. Nee, never mind. Neuer Cap-Aus-Spot. Oh, die Map ist ja groß. Okay. Erster Eindruck. Ich glaube, die Map ist ein bisschen zu groß. Komm her. Erster Killer in der neuen Season. Wichtig und richtig. Erster Tod in der neuen Season. Nicht wichtig und nicht richtig. Von wo, bitte? Ich schwör auf alles. Ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte nicht runterspringen. Alter, wieso geht's da so tief runter? Kann man sich irgendwie so gleiten? Hä, warum... Warum ist hier ein Fenster zum Runterspringen? What the fuck? Pass auf, wenn ihr hier eure Büroarbeit macht und ihr keinen Bock mehr habt auf euer Leben, ihr könnt einfach hier das Fenster zerstören oder einfach runterspringen. Let's go. Äh, das... Ich glaube, das fand ich lustig. Sorry. Let's go. Komm mal hier rein. Hallo, moin, moin. Ich würde mich gerne einmischen. Wir gehen wieder hier hoch. Also hier ist so ein geiler Spot zum Snipen. Wir sind mal zum Cap. Ich glaube, es wird echt kein... Ja. Drista mit dem Helikopterschütze. Ja, okay. Wenn man reinscheint, ist die Map immer scheiße. Also wirklich, das ist komplett Schmutz. Komm, nehmen wir mal hier die Pelle. Ich hasse reingejoine. Wir können ja schon, während wir warten, mal ein bisschen weiter schauen, was es noch so gibt. Neue Skinner. So was finde ich immer langweilig, wenn sie nicht so coole Farben haben oder so. Der sieht aus wie ein Fischkopf. All right, wir sind wieder reingejoined. 1 zu 43. Immer wenn ich reinjoine, verliert mein Team. Ich kent heuen. Okay, komm, gehen wir mal hier durch. Was ist das für eine komische Stellung? Ach, das ist einfach dieser gerade Weg. Leute, das gab es ja auch noch nie. Das ist mal ein bisschen... Die Map erkundigen. Granny Basher. Er ist einfach Granny Basher. Alter, schaut euch das an. Die Map ist viel zu groß. Holy shit. Also die Map... Ich weiß jetzt schon, die Map werde ich überhaupt nicht spielen. Der erste Double Kill mit dem C4 in der neuen Season. Check. Oh mein Gott. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Dieser Weg hier mit der Stellung. Kennt ihr noch MW3 Hearted mit diesem Tunnel? Es ist aber genau das gleiche. Man schmeißt sich hier hin und her die Granaten. Oh, man stirbt einfach. Let's go. Ja, von wo denn, bro? Chill doch mal, Junge. Ich bin neu in der Map. Man lasst mich die doch erst mal anschauen. Kann man... Nee, man kann nicht durch die Tür. Schicker Double Kill. Let's go. Ah, man kann... Uh. Gott. Ey, es gibt hier viel zu viele Wege. Kann man hier durch? Man kann sogar hier außen rumlaufen. Das sind zu viele Wege, Junge. Was ist das bitte? Und außerdem finde ich die Map... Guck mal, man kann sogar hier... Man kann überall lang. Die Map ist ja komplett Schmutz. Die ist viel zu groß. Gibt viel zu viele Wege. Und sie ist meiner Meinung nach viel zu grau. Also da fehlt irgendwie die Farbe von... Von Treyarch. Treyarch macht ja immer so Maps, die richtig schön farbenfroh sind. Aber hier fehlt mir wirklich komplett alles. Hier, pass auf. Hier kann man so... Oh mein Gott, ich wäre fast dead. Der, äh, hatte gar keinen Aim. Uh. Komm, komm, komm. Geh mal in die Stellung rein. Ein bisschen Action, Action. Der Clown ist tot. Wichtig und richtig. Es kann überall jemand... Es sind zu viele Wege. Es sind zu viele Türen, Fenster, Wege und um die Untergänge. Ist Untergänge ein Wort? Komm schon, Granny Basher. Komm her, Granny Basher. Ich hasse solche Momente. Man kann sich nur... Es gibt eine 50-50 Chance. Entweder man schaut nach links oder nach rechts. Und ich bin immer falsch. Egal, Leute. Egal, wie gut die anderen sind oder wie schlecht die anderen sind. Ich habe trotzdem den besseren Skin. Denn ich habe Kyuubi. Hieß die... Hieß die Kyuubi oder Kyu? Ich glaube, Kyuubi. Weil Kyu... Irgendwie klingt Kyu voll scheiße. Let's go. Oh mein Gott, zwei Geschütze. Welcher Kack platziert bitte zwei Geschütze auf eine fucking Stellung, die noch 24 Sekunden läuft. Z4 auf die Stelle und... Geschützer... Uh, wir haben Abheimangriff. Let's go. Wir haben Abheimangriff. Geht rauf auf die Stellung. Ich hoffe, da ist eben kein Dach oder sowas. Guck mal, man kann einfach komplett die Map hier... Was alles dahin... Guck mal, das Gebäude dahinten. Kann man alles rausradieren. Und das Update müsste nicht so groß sein. Wieso muss Treyarch immer solche großen... Ich springe rein und anstatt, dass ich ziele und schieße, benutze ich mein C4. Ich bin so ein Idiot. 206 zu 71. Ich glaube, wir gewinnen. Das könnte sogar noch knapp werden. Holy shit. Wir verlieren, haust es hoch, aber wir... Uh, wir haben eine Artillerie. Let's go. Da läuft einer außen rum. Mein Gott. Bam, bam, bam. Keine Ahnung, ob ich da jetzt Kills mache. Ja. Okay, ein Kill. Ja. Ein Kill und ein Hitmarker. Ja. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? Ciao, Kyubu. Rein, rein, rein. Guck mal, die warten alle mit ihren verschissenen Nahkampf-Scheiß-Dreck. Ich könnte heulen. Komm, hier. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das Ge... Ge... Ja, okay, ich bin tot. Wir werden es verlieren. Ich liebe Call of Duty. Ah, ich liebe Call of Duty. Geil. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Das Schatten auf Twitch. Bei der Stream hier jeden Montag und Donnerstag. 16 bis 18 Uhr. Ich würde mal sagen, die Season ist richtig geil. Gut, ich habe bisher nur eine Runde gespielt. Aber die Skins sind geil. Und die Waffen sind auch nice. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.